Viele von euch haben die Chance genutzt und sind seit dem Beginn der Early Access Phase zu mir in die Streams gekommen und haben sehr viele Fragen gestellt. Einige dieser Fragen, beziehungsweise die Antworten auf diese Fragen, habe ich mal in dieses Video gepackt, denn ich denke, das sind wichtige Dinge, über die viele von euch stolpern. Besonders die Leute, die noch überhaupt keine Erfahrung mit Throne haben. Lass uns auch direkt ins Video rein starten. Du weißt ja, was du zu tun hast. Wenn dir das Video gefallen sollte, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, rein da. Allererstes Thema. Viele Leute wissen nicht, wie sie ins Army-Toy-Haus kommen. Es ist eine der ersten Quests, die ihr freischaltet, um die Army-Toy-Expedition dann halt zu bekommen. Und selbst ich war komplett verwirrt. Wie kommt man denn in dieses blöde Haus? Es ist sehr, sehr simpel. Ihr habt hier eure Skill-Leiste und hier habt ihr ein Army-Toy-Symbol. Wenn ihr da draufklickt, beginnt die Teleportations-Animation und nach wenigen Sekunden landet ihr im Army-Toy-Haus und könnt eure Army-Toy-Expedition starten. Und zwar hier an dem Tisch. Also wie man sieht, sehr simpel, aber es wird in der Quest vielleicht kurz erklärt. Als Text bin ich der Meinung, wenn man es sich nicht durchliest, dann weiß man es auch nicht. Also so kommt ihr auf jeden Fall ins Army-Toy-Haus. Haben sehr viele Leute schon gefragt. Das nächste Thema wird ebenfalls in jedem Stream mehrmals gefragt. Und zwar wie level ich die Waffenbeherrschung meiner Waffen hoch? Und das ist tatsächlich jetzt auch nicht so trivial, weil es auch überhaupt nicht erklärt ist. Und man denkt sich, ich spiele doch das Game. Ich klatsche doch Gegner. Warum gehen die Dinger nicht hoch? Es gibt nämlich nur bestimmte Dinge, die ihr tun könnt, damit das hochgeht. Und das zeige ich euch jetzt. Punkt Nummer 1, wie man sie hochleveln könnte, wäre, wenn ihr zu diesen Aufträgen geht, wo ihr ja am Tag 10 von diesen Vertragsrechten bekommt. Die solltet ihr erstmal sparen. Aber hier bekommt ihr zum Beispiel dieses Tau, das Trainingstau. Und das ist Waffenbeherrschungs-EP. Also wenn ihr Trainingstau bekommt, ihr habt das im Inventar. Benutzen, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr die Waffen auch leveln wollt. Was wichtig ist bei dem Tau, das hat also nur eine Laufzeit von einem Tag. Also nach 24 Stunden geht das Tau automatisch kaputt und es ist weg. Also wartet nicht zu lange, um das Trainingstau zu verwenden, was ihr so bekommt aus den Verträgen. Und ihr bekommt Trainingstau auch aus dem Kampfpass, aus dem Free-to-Play-Bereich. Also guckt mal hier, auf Stufe 13 bekommt ihr hier 10.000 Punkte und das halt 10 Mal. Also ihr bekommt 10 Trainingstau mit diesem Wert von 10.000 Punkten, also 100.000 Waffenbeherrschungs-EP. Ihr seht, man braucht sehr, sehr viel. Hier bekommt ihr aber auch schon welche auf Level 8 und so weiter. Also Trainingstau ist eine Methode, um die Waffen zu leveln. Aber rennt jetzt, wie gesagt, nicht los und verbraucht alle eure Vertragsrechte, nur um an Trainingstau zu kommen, um die Waffen zu leveln. Ja, also ganz, ganz chillig. Das hat alles Zeit, das kommt alles. Denn ihr wollt so richtig mit den Vertragsrechten ausrasten, wenn ihr beim Rheinlicht-Turm ankommt. Ja, das ist so um Level 50 herum, Ende der Story. Wenn ihr da seid und hier könnt ihr Verträge machen, dann wollt ihr so viele Vertragsrechte wie nur möglich haben. Ich bin jetzt aktuell bei 43 von 60. Das ist schon nicht so schlecht. Ich sollte heute wahrscheinlich Level 50 werden. Und dann baller ich alle diese Vertragsrecht-Punkte in der letzten Area rein. Weil da habt ihr nämlich das meiste auch an Trainingstau, was ihr als Belohnung bekommt für die Vertragsrechte. Also seid dann ein bisschen sparsam, bis ihr level 50 seid mit euren Vertragsrechten. Die zweite Variante, um jetzt an Waffenbeherrschungsep zu kommen, sind die Abgrund-Dungeons. Und ihr wisst vielleicht, vielleicht wart ihr auch schon in einem, aber als Beispiel. Diese Dinger hier, ja, auf der World Map, da könnt ihr einfach reingehen. Ja, das ist keine Instanz und so weiter. Da könnt ihr solo reingehen, dann könnt ihr mit einer Gruppe reingehen. Was besser ist, vor allem, wenn ihr auf dem Level der Gegner seid, weil die schon sehr stark sind. Auf jeden Fall, das sind die Abgrund-Dungeons, wie das Ameisennest. Ihr habt hier hinten in der ersten Area, habt ihr den Abgrund von Sileos. Hier weiter im Süden, also in der Wüste, habt ihr Tempel von Silavath. Weiter oben rechts gibt es auch nochmal einen Abgrund-Dungeon, hier in der Mana-Einöde. Der ist aber nur offen, wenn es regnet. Dafür muss der Server auch erstmal in Kapitel 4 kommen. Den gibt es noch nicht. Und hier im Norden gibt es auch nochmal so einen High-Level-Abgrund-Dungeon. Mal gucken, ob ich ihn auf die Schnelle finde. Das ist die Schatten-Krypta. Kapitel 3 ist auch noch nicht offen für unseren Server. Aber wenn ihr euch an diesen Orten aufhaltet, wenn ihr an diesen Orten Gegner tötet, dann verbraucht ihr Abgrund-Vertragsmarken. Dann bekommt ihr mehr Erfahrungspunkte, ihr bekommt mehr Solent, die droppen sehr viel Loot. Und ihr kriegt von jedem Gegner, den ihr dort killt, wo ihr Abgrund-Marken verbraucht, bekommt ihr Waffen-Beherrschungs-Erfahrungspunkte. Das heißt, die Abgrund-Dungeons sind die beste Methode, um eure Waffen-Beherrschung zu leveln. So, der nächste Punkt. Wir haben die letzten Tage ein bisschen was an Kompensation von Amazon Game Studios bekommen, dafür, dass die Server so scheiße laufen. Und die Kompensation waren immer Schmuckmünzen. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was mache ich denn mit Schmuckmünzen, verdammt nochmal? Und das Interessante ist aber auch, dass ihr Schmuckmünzen bekommt, wenn ihr diese Codex-Seiten einsammelt, die überall in der Welt rumliegen. Also, wenn ihr irgendwo so dieses lila Papier irgendwo rumliegen seht, nehmt das alles mit. Lauft nicht einfach dran vorbei, sammelt so viel es geht, denn ihr bekommt für jede Sammlung, also mittlerweile kriege ich irgendwie sechs, ich glaube, am Anfang gab es immer nur drei, also vielleicht ist es, je weiter man kommt, umso mehr kriegt man. Definitiv bekommt ihr von diesen Einsammlungen, dieser Dinge, Schmuckmünzen. Und die Schmuckmünzen könnt ihr im Shop ausgeben. Ihr seht, es gibt Dinge, für die braucht man Lucent, aber es gibt auch einen Bereich, da könnt ihr, also unter anderem auch hier schon, aber ich gehe mal hier runter, weil hier seht ihr, das ist dann alles auf einen Punkt. Hier, verzierte Münzenshop, so gesehen. Ja, könnt ihr auch hier ja draufklicken, ja, könnt ihr auch hier zwischen die einzelnen Bereiche wechseln, das ist gerade von meiner Camp verdeckt, aber ihr habt an der Seite ja so eine Navigation. Und auf jeden Fall, alles, was ihr hier findet, dafür braucht ihr die Schmuckmünzen. Und die sind halt ein paar coole Dinge, wo ihr halt ein monatliches Limit, wie ihr hier seht. Ja, und ich würde jetzt bei einem monatlichen Limit davon ausgehen, dass es halt bedeutet, wenn der September vorbei ist, also ab dem 1.10., dass es resettet wird, also theoretisch. Und davon gehe ich jetzt erstmal aus, weil ich jetzt hier nirgends so einen Reset-Timer sehe. Gehe ich davon aus, dass wenn jetzt vor dem 1. Oktober diese Dinge zum Beispiel rauskauft, dann könnt ihr sie am 1. Oktober direkt ja nochmal kaufen. Habt dann halt einen Cooldown von einem Monat. Gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass es halt vom Anfang des Monats bis Ende des Monats geht. Ansonsten habt ihr halt auch hier sowas wie die edle Segenstasche. Die gibt es übrigens auch als Belohnung in der letzten Quest-Area für diese Verträge, wie die ich ja eben schon erwähnt habe. Und aus diesen Taschen könnt ihr lila Loot rausbekommen. Das ist aber Gamble, das ist Glücksspiel. In dieser Tour oder in dieser Kiste, in diesem Item, seht ihr ja ganz unten steht plus mal 68. Also die Items, die ihr da seht, das ist nicht das Einzige, was da drin ist in so einer Tasche, sondern da sind noch 68 andere Items drin und unter anderem halt auch nur Materialien. Also das kann ein Gamble wert sein. Ihr könntet lila Gear da rauskriegen. Es ist aber nicht garantiert. Und vielleicht ärgert ihr euch dann, wenn ihr jetzt eure ganzen Münzen, die ihr jetzt bekommen habt und müßlich angesammelt habt, für die Taschen ausgebt und ihr kriegt nicht ein einziges lila Gear. Könnte passieren. Von daher gibt es vielleicht bessere Methoden, wenn ihr irgendwas leveln wollt, dass ihr euch halt einige dieser Dinge holt, also Wachstumssteine oder Bücher für Skills. Die Eigenschafts-Extraktionssteine könnten super interessant sein. Man kriegt hier und da ein paar, aber Extraktionssteine sind ja dafür da, um die Eigenschaften von Gear rauszuziehen. Und die Eigenschaft könnt ihr dann theoretisch im Auktionshaus verkaufen und damit Lucent machen. Und ebenso braucht ihr ja Eigenschaften, die ihr später ja auch benutzen werdet, um Eigenschaften auf eurem Gear zu leveln. Also vielleicht habt ihr dann zwei Gegenstände und dann wollt ihr von dem einen Gegenstand die Eigenschaft rausziehen und die woanders reinpacken. Also ich denke, wir werden später sehr, sehr viele dieser Steine brauchen. Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht so Riesenerfahrung mit, mit dem Endgame jetzt in Thrown Unlimited. Ich bin ja auch erst noch auf dem Weg dahin, mir diese ganze Erfahrung anzueignen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, guckt euch diesen Shop an. Wenn ihr Erfahrung habt, vergesst nicht, die Dinge rauszukaufen. Auch so, kauft euch die Dinge, die ihr vielleicht braucht. Vergesst das nicht, vor allem mit dem Blick darauf, dass wahrscheinlich am ersten 10 das Ganze resettet wird. Und zum letzten Kapitel in diesem Video kommen wir mal zu ein paar Einstellungen, die ihr vornehmen könnt, um hoffentlich euer Spielerlebnis noch weiter zu verbessern. Also sind ein paar Dinge dabei, die mir persönlich das Leben ultra erleichtert haben und die ich vorher wirklich vermisst habe, wo ich gedacht habe, man, das muss doch irgendwie gehen. Und dementsprechend möchte ich euch sie auf jeden Fall auch mitgeben, denn ich bin mir sicher, dass einiges davon euch definitiv helfen wird. Also die erste Option, die ich bei mir aktiv habe, ist Fähigkeiten in Warteschlange einreihen. Das ist standardmäßig nicht aktiv. Was bedeutet das? Das ist an sich im Video jetzt natürlich schwer zu präsentieren. Deswegen müsst ihr es einfach selber mal testen, ob euch das gefällt. Aber an sich, was macht das Ding? Ihr könnt die Skills theoretisch so durchdrücken, während die halt noch durchgeführt werden. Und der Charakter oder das System merkt sich das. Er merkt sich, dass ihr nach dieser Fähigkeit die gedrückt habt. Und während die noch läuft, dass er die machen soll, weil er die auch schon gedrückt hat. So habt ihr nicht diesen Delay zwischen der Charakter führt die Fähigkeit noch aus und ich muss immer warten, bis praktisch die Fähigkeit komplett fertig ist, damit ich wieder drücken kann, damit er die nächste macht. Das kann vor allem helfen, wenn ihr Server-Lags habt, wenn ihr das alles so sehr chaotisch ist, viele Animationen auf dem Bildschirm sind und so weiter, vielleicht auch im PvP, dass ihr trotzdem halt in Ruhe eure Kombo durchdrücken könnt. Das habe ich zumindest vom Gefühl her, dass es da sehr, sehr gut funktioniert. Also ich kann es zumindest mal versuchen zu demonstrieren, dass ich jetzt einfach nur hier in Ruhe meine Tasten durchdrücke. Habt ihr gesehen? Also ich habe die sehr schnell durchgedrückt und habe alle drei Fähigkeiten genau in der Reihenfolge gemacht, wie ich sie eingegeben habe, ohne irgendeinen Delay. Also probiert es mal aus. Der nächste Punkt, den ich bei mir ausgemacht habe, ist das Aufladen von Fähigkeiten umschalten. Ich persönlich als Greatsword-User finde das ultra nice. Ihr müsst für euch gucken, ob das für euren Playstyle und für eure Waffenkombo halt irgendwie funktioniert. Aber was das Ding halt macht, ist standardmäßig, wenn ihr zum Beispiel einen aufgeladenen Angriff habt, wie jetzt Todesschlag, und das ist ja schon mit Spezialisierung die Fähigkeit, dann müsst ihr den Button gedrückt halten und dann irgendwann loslassen, wenn er halt voll ist. Und was ich aber halt, was mir persönlich sehr oft passiert ist, dass ich die Fähigkeit nur antippe und dann wird die Fähigkeit halt anscheinend mit 100% Aufladung, halt vielleicht mit 10% Aufladung gemacht. Und der Schaden ist natürlich dementsprechend sehr, sehr, sehr gering, weil gerade beim Großschwert wollt ihr diese Heavy-Hitting-Skills, die wollt ihr komplett aufladen, um maximal Schaden zu machen. Was jetzt dieser Haken bewirkt, den ich rausgenommen habe, ist, dass wenn ich einfach nur, ich klicke jetzt nicht, ja, also ich drücke jetzt einmal die Skill-Taste und der Charakter lädt den Skill von alleine auf, bis er voll ist, führt ihn dann aus. Ihr könnt ihn früher ausführen, indem ihr die Taste halt ja nochmal drückt. Aber es ist theoretisch jetzt genau andersrum. Ihr drückt einmal, könnt in Ruhe den Skill aufladen lassen und es passiert nichts mehr, weil vorher war es einmal drücken und loslassen und er macht ihn sofort mit wenig Aufladung. Ich persönlich finde das so viel, viel besser. Die nächste Option, absoluter Game-Changer, meiner Meinung nach, vor allem wenn ihr Nahkämpfer seid, müsst ihr das aktivieren, weil das wird euch wirklich das Leben erleichtern, damit euer Charakter nicht die ganze Zeit sagt, oh, ich bin out of range, oh, ich bin out of range. Das ist aber sicherlich auch für Fernkämpfer sehr, sehr nützlich, denn diese Option bewirkt, dass ihr automatisch in Reichweite des Gegners lauft, wenn ihr sagt, greift den mal an. Ich habe jetzt einfach nur einen Rechtsklick gemacht und der Charakter läuft automatisch dahin und greift den Gegner an und bleibt nicht einfach nur hinten steht und sagt, oh, ich bin out of range. Natürlich müsst ihr darauf achten, noch besser auf euer Positioning zu achten, in zum Beispiel PvE-Content bei Bossen, dass ihr dann nicht automatisch in irgendeinen AOE reinrennt. Da müsst ihr nur ein bisschen gegensteuern, aber ganz ehrlich, das ist etwas, was ich wirklich in Kauf nehme, weil es mir in allen anderen Bereichen des Spiels und insgesamt immer wirklich das Ganze erleichtert. Dasselbe gibt es halt auch nochmal für unterstützende Fähigkeiten. Wenn ihr zum Beispiel jemanden heilt und der ist out of range, dann läuft euer Charakter automatisch in die Reichweite, um den dann halt zu heilen, also auch sehr, sehr nützlich. Die nächste Einstellung kann helfen bei einigen Situationen, vielleicht auch ein bisschen nervig sein. Müsst ihr vielleicht mal testen. Vielleicht hängt das auch ein bisschen von der Waffe ab, die ihr nutzen wollt. Was gezielte Fähigkeiten scheinbar sich auf aktuelle Ziele auf bedeutet, ist, dass ihr als Beispiel, wenn ich jetzt diesen Gegner hier markiere, meine Maus hier nach links packe, dann wird trotzdem der AOE, den ich abfeuern will, in Richtung meines anvisierten Ziels gerichtet. Seht ihr das? Und egal, wo ich jetzt hinlaufe, der AOE bleibt da auch. Also es kann definitiv helfen, das zu aktivieren, um das Target halt damit auch anzuvisieren und nicht, dass die Markierung erstmal irgendwo anders startet, weil ihr dort eure Maus habt. Was halt der Nachteil ist, ich kann die jetzt nicht mehr bewegen. Wenn ihr das bewegen wollt, müsst ihr erst euer Ziel aus dem Target nehmen und dann könnt ihr natürlich frei den AOE setzen. Ihr dürft da halt niemanden im Ziel haben. Sobald ihr ein Ziel anvisiert, wird der AOE immer in Richtung des Ziels abgefeuert, kann aber dennoch nützlich sein, damit ihr das Target definitiv halt auch immer trefft, wenn es sich halt nicht bewegt. Also probiert es mal für euch aus, ob euch die Option gefällt. Die nächste Option ist ebenfalls ein absoluter Game Changer für mich und zwar ist es das automatische Zielen auf nächstgelegenen Feind bei Angriffen ohne Ziel. Also wie oft ist es so, dass ihr einen Gegner angreift, das sind drei, ihr greift einen Gegner an und der stirbt und den hattet ihr im Visier und jetzt müsst ihr halt im Tumult, da im Kuddelmuddel, irgendwie euer Target anvisieren, versucht die ganze Zeit irgendeine Fähigkeit zu nutzen, er visiert nichts an, ihr müsst erstmal einen Gegner anklicken und so weiter. Wenn ihr das aktiviert und ihr verliert diesen Gegner aus dem Target, weil er stirbt, dann habt ihr keinen Gegner im Target, wie ihr hier seht. Und wenn ich jetzt halt irgendeine Taste drücke, um einen Skill zu machen, also ich drücke jetzt nur einen Skill, dann visiert der Charakter automatisch den nichtsgelegenen Feind an und führt genau diesen Skill auf diesen Gegner aus und fängt an mit dem halt zu kämpfen. Riesige Erleichterung meiner Meinung nach, vor allem wenn es halt wirklich absolut chaotisch ist, auch in Dungeon-Gruppen, wenn da fünf Gegner gepullt werden, ihr tötet einen, ihr wollt direkt den nächsten angreifen, dann seid ihr dadurch sehr, sehr, sehr viel schneller wieder in der Action und müsst nicht jedes Mal neu anvisieren. Und das in Kombination mit dem Lauf automatisch in Range, um den Gegner anzugreifen, ist eine super Kombination, weil ihr dann sofort automatisch nur einen Skill drückt, er nimmt sich das nächste Target, rennt dahin, führt den Skill aus, ohne dass ihr großartig euer Targeting optimieren müsst, Kamera drehen und hast du nicht gesehen. Das hilft immens. Was damit dann halt einhergeht, sind diese ganzen Filter, die ihr dann noch einstellen könnt, wie die höchste Priorität sein soll, der Target. Das kann später für PvP sehr interessant sein, gerade bei Open World PvP Events, wo eventuell halt auch, wo man Gegner töten muss, dass ihr halt zum Beispiel die Prio so einstellt, greift eher den Spieler an bei so einer automatischen Anvisierung als irgendwelche, ja, NPC-Gegner oder so. Das müsstet ihr euch dann halt anschauen und optimieren, wenn ihr halt die Notwendigkeit dafür seht. Was ich persönlich richtig gut finde, ist Auswahl annullieren durch Boden-Klick. Das kenne ich halt damals noch aus WoW, dass ihr halt, wenn ich einen Gegner anvisiere und ich möchte den nicht mehr am Target haben, dass ich einfach nur irgendwo auf den Boden klicken muss, ja, dann ist das Target halt weg. Also links-Klink auf den Boden, Target ist weg. Ja, das ist natürlich top, gerade wenn ihr halt mit der Classic-Ansicht spielt, mit der Action-Ansicht geht das halt nicht. Aber mit der Classic-Ansicht könnt ihr einfach auf den Boden klicken und das Target ist weg. Ich muss nicht Escape oder X oder was das ist drücken. Das ist halt so viel besser für mich persönlich. Dann kommen wir zu ein paar Einstellungen, die euch hoffentlich, ja, erstens Performance verbessern und zweitens natürlich Übersicht. Und zwar ist es einmal im Bereich Gameplay und Charakter, dass ihr hier die Fähigkeitseffekte von gewählten Zielen halt anzeigen, dass ihr das umstellen könnt. Denn ich weiß nicht, wo es standardmäßig mehr steht, aber ihr habt halt hier die Möglichkeit zu sagen, das war gerade mein Hund, dass ihr nur die Skill-Animationen von Gruppenmitgliedern sehen wollt und halt nicht von allen, gerade in riesigen Raids. Und da kommt er und sagt, hallo. Dass ihr halt nur die Gruppeneffekte von, ja, also Animationen von Gruppenpartymitgliedern halt seht. Das ist eine sehr, sehr wichtige Änderung, finde ich. Verbessert die Übersicht. Aber kann euch im PvP auf jeden Fall hier und da mal in irgendwelche fetten Tornados reinlaufen lassen, weil ihr die Tornados halt nicht seht. Das kann auch passieren. Also bei Castle Siege ist es auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert. Ja, muss sich bei Siege the Day auf jeden Fall feststellen. Wenn ihr dann im selben Bereich bleibt, also im Charakterfenster könnt ihr runterscrollen, ganz, ganz, ganz unten, da habt ihr Amitoi der anderen Spieler anzeigen. Wenn ihr nicht überall dieses Gewusel von irgendwelchen Amitois haben wollt, was ich persönlich halt überhaupt nicht brauche, mir reicht es, dass die Charaktere da sind, dann einfach hier einen Haken reinsetzen, die Amitois verschwinden und ihr seht halt nur noch euren Amitoi. Ist halt irgendwie cool, weil da seid ihr nämlich die einzigen, die einen haben. Bleiben wir im Gameplay-Tab. Ihr habt hier in dem Bereich Chat, habt ihr die Möglichkeit, automatisches Übersetzen einzustellen. Das würde bedeuten, dass das Game versucht, alle Chat-Nachrichten, die so eingehen im Global Chat als Beispiel, diese zu übersetzen in eure Client-Sprache. Also wenn ihr das Spiel auf Deutsch stellt, dann versucht das Game halt alles auf Deutsch zu übersetzen. Ob das richtig gut funktioniert, habe ich persönlich jetzt noch nicht so wirklich darauf geachtet, um ehrlich zu sein. Aber aktiviert das ruhig mal, gerade für die Leute, die ja gerne, sag ich mal, einen deutschen Server hätten. Ja, könnt ihr das ja einfach mal ausprobieren, ob es euch dadurch halt ja hilft und das erleichtert. Da dies leider nicht standardmäßig aktiviert ist, wenn ihr dann natürlich mit anderen auf Deutsch schreibt, weil ihr denkt vielleicht, dass die auf Deutsch geschrieben haben, werden sie es vielleicht nicht verstehen, weil sie vielleicht auf Englisch irgendwas in den Chat gepackt haben und diese Option halt nicht aktiv haben. Also das könnte definitiv passieren. Dann habe ich hier in dem Reitern auch was gefunden, im Bereich Grafik und Qualität. Und zwar ist auch diese Frage sehr oft gefallen. Kann ich nicht irgendwie reduzieren, wie viele Spieler ich sehe? Das könnt ihr halt hier machen mit der Charakteranzahl. Die steht standardmäßig auf Episch, zumindest jetzt bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber man kann die auf Niedrig stellen, damit das halt ein bisschen vielleicht auch performanter läuft. Vor allem jetzt, wo die Server noch nicht so stabil sind. Also die Option vielleicht mal einstellen, gucken, ob es in irgendeiner Weise hilft oder halt auch allgemein alles übersichtlicher macht. Also ich hoffe, dass dir auch dieses Video mal wieder geholfen hat mit den ja am meisten gestellten Fragen aus den Streams der letzten drei Tage. Eventuell kommen noch ein paar dazu. Wenn du selber mal Fragen stellen möchtest im Stream, komm gerne vorbei, lass da ein Follow da. Ich werde heute ab 12 Uhr live sein, bin ansonsten auch regelmäßig online, vor allem mit Coronavirus auch in nächster Zeit. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns im Stream sehen und ansonsten verabschiede ich mich mit der alles entscheidenden Frage.